Ich muss jetzt Bonny verarzten. Canelo ist immer als Unterstützung mit dabei. Ich ziehe mir jetzt die Handschuhe an. Schau, die arme Maus zittert. Ich tue jetzt mal die kleine Wunde desinfizieren mit diesem Mittel hier. Ich habe jetzt Handschuhe angezogen, damit keine Bakterien reinkommen. Und jetzt tue ich die Wunde säubern. Mein kleines Baby, bist du verletzt? Mein kleiner Schatz. Alles wird gut, mein Schatz. Alles wird gut. Die Arme. Sie weiß gar nicht, was los ist. Die arme Maus, Alter. Sie hat deswegen ein Verband, weil sie sonst hinschlägt. Und die Wunde könnte sich deswegen verschlechtern. Deswegen haben wir das jetzt mal hier zugemacht, damit sie nicht hinkommt. Wenn es nicht besser wird, dann gehe ich zum Tierarzt.